Hey Homo, weißt du, was du jetzt machst? Du gehst nach Hause und du brauchst nie wieder zu kommen. Was machst du denn hier? Ich wollte mal sehen, was ihr hier macht, Jungs. Wo sind die Schaufeln? Was ist denn das für ein hässliches Ding? Das ist die Strakte. Ach, scheißegal, was das ist. Das nimmt man doch nicht mit zur Arbeit, du Idiot. Hat er die Schaufeln kaputt gemacht? Ja, na und? Was? Ja, na und? Weißt du was, Junge? Du bist gekündigt. Du und ein Kackhund. Und du auch, Robby. Ja, Junge, fatsen.